Ja, jetzt bin ich ja fertig mit meiner Aufregung, ja? Ja. Das Problem ist, jetzt machen wir das schon eine ganze Weile. Können wir nicht irgendwas anderes machen, dass ich ein bisschen so mal fit bin? Das dauert mir einfach zu lange, ja. Ja, gut, also viel schneller. Gibt es so eine Sache, wie wir vielleicht den Kreis noch schneller anbringen können, aber da du verheiratet bist, wird das jetzt schwierig, sag ich mal, ja? Ja, weil es ein bisschen was mit sexuellen Handlungen zu tun hat. Man spielt ja keine Rolle, da steht ja eh bloß auf dem Papier. Hauptsache, ich werde meine Funde nur servisieren, aber... Mhm, okay. Na, wenn sie das so sehen, dann fällt mir das schon ein bisschen was ein, ja? Man kann ja ein bisschen Spaß mit Sport vorsehen. Ja, kann man machen, ja. Man sagt ja, wenn sie Spaß am Sport haben, dann macht man es nämlich nicht weiter. Ja, durch die sexuelle Handlung wird halt der Kreis auch schnell angeregt und dadurch wird halt automatisch auch mehr... Also verbrenne ich mehr, ne? Ja, Kalorien verbrennen.